Herzlich Willkommen zum nächsten Spiel der German Legends mit Helmut Rahn, Rudi Völler, Franz Beckenbauer, Lauda Matthäus, gegen die haben wir schon mal gespielt. Los geht's, erstes Spiel in Liga 3. Oh Gott, oh Gott, alles so schnell hier. Das war der Anbord innerhalb von 30 Sekunden. Rudi? Das ist das, das ist das. Wir müssen so weiterspielen wie zuletzt, Liga 4 mit Aufstieg und Meisterschaft beendet. Warum? Warte, da geh ich außen. Boah, schön, mach alleine. Ey! Ja, okay. Böses Foul. Zehn Spiel haben wir zur Verfügung, brauchen eine gewisse Anzahl an Punkten. Wäre geil, wenn wir Liga 2 wieder aufsteigen. Oh, Flank rein, Flank rein, Flank rein. Ja! Jetzt kommt der Longshot. Ich spiel ab. Abliegen. Sehr schön, und jetzt. Oh, schade. Warum ist da ein Torwart drin? Die Funktion habe ich ausgestellt. Der ist noch nicht drin. Ne, der ist nicht drin. Der hat aber rote Schuhe. Und die CPU hat keine roten Schuhe. Äh, okay. Und wo laufe ich grad lang? Oder hat jemand von euch bei der Suche die Funktion rausgenommen? Das wird der dann übernommen? Nee. Nein. Achso. Da müssen wir da irgendwie vorbeikommen. Ey, das ist natürlich ärgerlich für das erste Spiel jetzt. Müssen wir nach dem Spiel so oder so mal abbrechen. Ich bin hier außen. Auch wieder eine Herausforderung. Ja. Wenn er gut ist, nur ein möglicher. Brauchen die Abpraller schön drauf rennen. Er wird ja trotzdem von der KI gesteuert. Achso. Ja, das kann sein, dass er seinen Pro hinten reingestellt hat. Genau, genau. Das ist das, was ich gestern so meinte. Ja. Dass der, der alle spielt, einfach den Torwart hat, dass die ihn besser haben. Also du kannst auch gut deinen Pro auf Torwart leveln. Ja. Schön. Weiter. Lauf einfach. Ne, ich war abseits. Lauf weiter. Lauf weiter. Ja. Immerhin. Versuch mal zu flanken. Reicht das schon? Ja, doch. Oh, yeah. Yeah. Und Ecke. Das wär's ja jetzt gewesen. Dominik, ich hinten. Du Mitte. Felix vorne. Ey, wir sind wirklich nur drei da vorne drin. Aber das kann reichen. Pass mal auf. Nochmal. Ich steh immer noch. Schön, Rudi. Ja, ja, ja. Hallo. Hallo. Nein. Felix Doppel. Fuck. Hast du, hast du, hast du. Ich bin auf Linie. Ja, ja. Über mich. Sehr schön. Dominik. Ja. Da kommen sie alle. Felix. Kranz. Haust du. Lies. Oh. Nein, es geht auf, Mann. Ja. Wie der CPU-Spieler getaubelt ist, als er den voll gegen die Fresse gekriegt hat. Schöner Schuss, aber ärgerlich, dass der da halt steht. Ein paar hundert Kilometer pro Stunde werde ich auch nicht gegen die Fresse kriegen, du. Vollspann vom Geyser. Doppel. Du sechst jetzt das immer so. Doppelig. Frühe Flanke, Dominik. Der Sachsen-Kaiser. Der Sachsen-Kaiser. Komm, jetzt nochmal. Der holt den Torwart raus, das ist ein Fehler. Der hat mich umgepumpt, obwohl ich noch gar nicht mal am Ball war. Leute, was ist das für ein Chaos. Hier durch. Moment. Weiter. Oh, schön jetzt. Abgemälscht. Ey, komm weiter so. Wir holen sie das hier. Wieder Aufstellung, wie immer. Schön. Ah, gib ihm nochmal. Ja, gib ihm nochmal. Ja, gib ihm nochmal Ecke. Ich geh wieder hinten. Er kommt da. Oh, ärgerlich. Boah, jetzt gibt's doch Schuss. Blankenstein. Blankenstein. Ich spiele gegen Holländer, so wie der das geschrieben hat. Dieses IJN Stein. Nein. Dang, ja. Lauf unten mit. Boah, schade. Schön, schön. Warte hier, ich komme. Mitte. Schön, oah. Oh, schön gesehen. Oh, jetzt gibt der Kampf. Okay, ja, ist okay. Genereux, da ist er wieder. Genereux. Genereux. Hier. Jawoll. Oh. Den muss er wieder festhalten. Ja. Oh, was. Okay, der hat einen langen Einwurf als Benutzer gesteuert, Torwart. Dominik. Außen hier. Schön. Nein, das gibt's nicht. Gut gemacht. Gedacht. Wie auch immer. Oben. Ja. Warte, ich flanke rein. Oh mein Gott, wie schlecht. Schieß, schieß, schieß. Ja. War der abgefälscht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Bei mir sah das, warte mal. Das sah echt komisch aus. Jetzt, warte. Ja, der war abgefälscht. Ja. Oh. Wenn der Verteidiger da nicht mehr dran gewesen wäre, hätte ich den voll ans Bein gekriegt. Ja. Ja, das wäre ganz schön an Lecky gewesen. Ja, das wäre ganz schön an Lecky gewesen. Gevant. Oder wie der heißt. Gevett. Die ganzen Franzacken hier. Genereux auch. Einfach nach vorne. Außen. Wieder Dominiky. Ja. Oh, schade. Da legt er sich den so vor. Nein, nicht auf den unteren. Zu viel Platz. Schön. Boah. Hat er. Warte mal. Der hat die CPU wieder schön da reingemacht. Das ist schön. Du hast den schön reingemacht. Ah, komm. Vorne. Einfach weg. Ja, ja. Ah, der kommt wieder. Schön. Versuch den zu halten irgendwie. Baller. Baller. Oh, ich werd hier umgelaufen. Das gibt's nicht. Vorne. Boah. Aber schön. Den haben wir. Linie runter. Oh, ja jetzt nach vorne. Doppel? Schade. Ah, ich hab schon gewartet, dass ich sprinten kann. Jetzt Linie. Warte. Jetzt nochmal. Den legt er ab. Jawoll. Ja, schön. Flank. Schönes Ding. Schade. Alter, was... Ich köpfe auch immer über so ein halbes Spielfeld, ey. Ich bin genauso groß wie der ein Apfelspieler da. Da geht er. Hast du, hast du, hast du. Ja, ein schöner Torwart. Geh doch hin. Ey. Ja, gibt Gelb. Das gibt... Das gibt nur was. Oha. Natürlich stellt er sich ins Tor. Ich bin heute Torhüter. Da soll der Ball gleich hinten. Rechtsaußen. Ich bin Benjamin. Benjamin. Abseits. Ne, doch weiter. Hier. Warum geht meiner denn da grad nicht hin? Also mal wirklich... Schön gesehen! Der legte sich vor. Der legte sich vor. Direktschießen hätte ich nicht machen können. Gut gemacht. Gut aufgepasst. Also hätte können, aber wäre glaube ich nicht so gut gewesen. Doppelfähligs? Oder geht? Ja. Jetzt. Brillant. Jawoll, komm. Ah ja, Ecke. Aufstellung wie immer. Der geht noch rein heute. Ecke hier, das kann natürlich gefährlich. Die wären echt gefährlich. Ja, hast du! Oh, da stand da einfach frei der Rudy. Rieseko! Ja. Randa! Sehr schön! Halt ihn! Ja, 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 geh gegen ihn! Schön! Nein, Ecke! Schade! Schlecht! Schlecht! Die 17! Alle in der Mitte! Schön! Ja, das war die 17! Ab nach Ende! Felix, geh durch, geh durch, geh durch! Scheiße, das ist da noch! Ohhhh, krieg ich den leider nicht. Wär geil gewesen, wenn er dich da voll anspielt. Kann ja auch passieren. Aber Halbzeitführung? 54% Ball. Ja, ich finde es sieht gut aus. Ja, könnte schlecht aussehen. Das sowieso. Ui! 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 Doppel! Oder geh du! Geh flanken! Okay! Ja! Ohhhh! Von da, von da, von da! Nein! Hast du. Nein! Ja, Mitte kommt er. Wird ich mich wieder nach außen ziehen müssen. Spiel Torwart. Ja. Außen! Oh, der ist ein bisschen kurz. Obwohl ich voll durchgedrückt habe. Ich biet mich an! Sehr schön! Vorne! Ich laufe. Schööööööönes Ding! In den Rückgang mit den! Flach, flach, flach! Ja! Schön! Oh der ist gut geworden! Nein! Leih! Dominik, der war gut, das mit dem Ablegen, das können wir so probieren, wenn es sich anbietet. Der Coyle muss nur da sein. So. Andere Seite wieder. Geh weiter. Ey, jetzt machen wir das Spiel so breit. Wieder, wieder. Ah. Scheiße. Ne, hatte ich fast. Oh, jetzt kommen sie. Wirds jetzt gefährlich. Junge, gib mir den nochmal, abseits, ja, wedel, wedel, winke, winke. Abseits. Winke, winke. Oh, der Japse. Dass der überhaupt abseits sehen kann, du. Hahaha. Außen. Hm, schade. Oh, die Mitte ist so offen gerade. Jetzt müssen wir aufpassen. Gut, dass es dazwischen geht, das wäre gefährlich geworden. Hendrik geht. Oh, perfekt. War kein Abseits. Mach alleine. Nochmal, nochmal, nochmal. Ren hin. Schade. Deiner. Deiner. Ah, ich hab doch direkt weitergemacht. Hast du, hast du, hast du. Ne, du. Ja, um. Sehr schön. Ey, die Pässe sitzen. Oh. He he. Warte, 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 warte. Jetzt. Jetzt sind voll viele vorne. Nochmal. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. In der ersten Halbzeit. Lass da mal Rudi sich hinstellen. Mach mal da hin. In der ersten Halbzeit waren, sehr schön, schade. In der ersten Halbzeit waren drei Leute von uns im 16.9. Andere Seite, unten, unten, unten. Und hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Hendrick, die Flanken. Jetzt reinflanken. Jetzt. Flank direkt. Schön. Na nochmal. Immer beide dieselben Emotionen hier. Oh. Schön. Oh. Oh. Einpass. Was? Lass Torwart drin. Lass Torwart drin. Ja. Oh. Nicht immer, ne? Mein Freund. He he. Rudi. Ja. Ja. Ich flanke. Zack. Ja. Nein. Ich flanke. Ich flanke. Ja, schön. Hätte ich den gekriegt. Oh. Hallo. Aber vielleicht auch ne Verwarnung. Kaurania. Hallo. Ja. Das war ja auch nur. Ja. Das war ja auch nur von hinten in der Achillesse. Kurz mal, kurz mal Schuh aufgemacht, weißt du? Ja. Ich hab dir denke, geoped. Ja. 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 Felix ist dabei. Ja. Ja. Ich komme auch. Ja. 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 Jawohl Ah, nein Deiner, ich gehe Linie Spiel hinten nochmal Ja, warte Moment Warte, ich hole Deiner, Deiner, Deiner Vorne, hinten, unten, ja Bitte Schön Ja, aus Weiter durch hier Nochmal Der auf Mitte Mitte, jetzt kommt er Ja Macht er sich lang Kann man Eck so reindrehen Du jetzt auf jeden Fall nicht mit rechts Mach das nicht, der fängt ihn doch Der geht ins Aus, Hendrik Musst du wenn mit von anderen Schließen, ja Du musst es weiter wegmachen, Hendrik Loll, der geht ja fast raus da Achso Alter, was ist das denn Hat er No, ja Schön Unten, 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 unten Ja Oh, ich hoffe, der geht jetzt aus Warte, ja Ich mache, ich mache Geh Der sollte jetzt nicht hin, aber Du mach, mach, du hast mehr Tempo Nein, scheiße Ah, schade Boah, ich habe keine Ausdauer mehr hier Was, du mir Brauchst du nicht, du schießt jetzt nur Ah, ärgerlich Ja, scheiße Der ist ein bisschen gehüpft Ja Gehupft Gehupft Gehupfalt Oh Nein Böde Zack, außen komme ich wieder Doppel Noch ein Rudi geht Oh nein Das war alles nicht so geplant Kann man ja mal hoffen Jawohl Flanke Dirkraum Oh Wenn ich das ruhig jetzt spielen Alles rausballern Aber erstmal den Angriff Ja Der hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass er durch ist Deswegen hat er schon geschossen Ey, glaubt's nicht, aber haben wir geführt gerade Oh Echt Ja Wahrscheinlich, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist wahrscheinlich Hamburg eh schon sicher abgestiegen Ausseh Vorne, jetzt Schön Mein Ball Ich wollte gerade kretschen Ihr seid zu zweit, ihr seid zu zweit Spielzeit Schönes Segen Schieß Ah, Mann Bin extra im Rückraum geblieben Aber dass er den dann da kriegt, damit habe ich nicht gerechnet Kopfhörder Scheiße Oh, Schaden, aber schön gesehen Jetzt Geh noch, geh noch Hier Ich nicht Ja Machen Jawohl, das ist Zeit Nicht so weit vor, Hendrik Nein Der Torwart fängt den Ja Dominik Deiner Oh, schade Pass hin, ein bisschen mit auf Nicht ganz auf die Verteidigerlinie rennen, aber Nicht so Gut gemacht, der hat den Ball erobert Vielversprechender Spieler Da kommen sie jetzt nochmal durch Vorne Einfach vorne Linie Vorne Schade Nochmal Vorne, jetzt Ja Rennen, holen die Holen die Schön Ja, jetzt ist gut Ja Das erste Spiel in Liga 3 gewonnen Sehr nice Noch acht Spiele, dann sind wir neutral Was brauchen wir überhaupt? Wir brauchen zum Klassenerhalt jetzt noch drei Siege aus neun Spielen Und fünf Siege aus neun Spielen, um aufzusteigen Ist machbar, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann Tschüss Ciao Tschüss